Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute habe ich den dritten Teil von der Maybepost für dich. Es ist wieder so viel und ja, ich möchte natürlich liebend gerne meine Dankbarkeit ausdrücken und auch denjenigen, die mir die Pakete geschickt haben, zeigen, dass sie da sind, also dass die Pakete angekommen sind und natürlich auch meine Reaktionen zeigen. Das ist auch immer vielen sehr sehr wichtig, auch wenn sie sagen, dass ich das eigentlich nicht filmen müsste oder sonst irgendwas. Es ist mir doch ein großes Anliegen und ja, wenn du Bock drauf hast, einfach mal mit mir zusammen so ein bisschen Zucker zu erleben und Liebe zu bekommen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vorab, ich weiß, dass das alles nicht normal ist. Also ich fühle mich, als hätte ich hier eine mega Babyparty veranstaltet und hätte Geschenke über Geschenke bekommen. Es ist so wahnsinnig krass und ich bin so dankbar dafür. Mein Freund und ich, wir sind extrem dankbar für jeden, der uns liebe Grüße ausgerichtet hat, der uns die Daumen gedrückt hat bei der Geburt und ja, für alles Mögliche, was an Liebe von euch tatsächlich zu uns gekommen ist. Das ist nicht selbstverständlich und deswegen bin ich sehr sehr dankbar dafür, dass ihr da seid, dass ihr als Community auch uns begleitet habt. Und deswegen macht mir das einfach sehr viel Spaß, dass ich hier jetzt wieder sitzen kann und mit euch wieder ein paar Videos drehe. Und selbstverständlich zeige ich euch hier dann natürlich auch die Babypost. Ja, ich möchte mit einem riesengroßen Paket starten, was hier steht. Das ist von der lieben Simone. Das habt ihr auch im Thumbnail schon gesehen. Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wo ich das und wie ich das, aber wir schaffen das. Zuallererst habe ich hier, Liebe muss nicht perfekt sein, sondern echt, Mr. und Mrs. Panda. Und da haben wir Axolotl drauf. Das ist richtig, richtig süß. Ich weiß noch, damals war ich mit meinem Freund öfters hier in der Gegend bei so einem Aquaristikladen, weil er hatte damals auch ein Aquarium. Mittlerweile haben wir ja einen Teich. Und da waren Axolotl auch immer. Und die hätte man auch quasi sich dann kaufen können. Ich fand die immer sehr schön. Also ich mochte die auch gerne leiten. Okay. Liebe Claudi, ich hoffe, ich kann euch mit meinen gebastelten Sachen und noch ein paar anderen Kleinigkeiten eine Freude machen. So wie du mir mit deinen Videos immer große Freude bereitest. Oh, voll lieb. Dankeschön. Bleib so wie du bist. Ganz liebe Grüße schickt dir Simone. Dankeschön. Also die Karte, also alles, was ich an Karten von euch auch immer bekomme und an Zuschauerpost und so, das wird auch in Ehren gehalten. Genau, da habe ich einen extra Ordner für. Und hier sind Celebrations drin. Ich liebe Celebrations. Das ist, glaube ich, eine neue Verpackung. Die sehen irgendwie fancy aus. Finde ich richtig lecker. Ich mag, ich glaube, alles, was da drin ist. Galaxy kenne ich gar nicht. Das scheint neu zu sein. Gut, muss ich mal gucken, ob ich das mag. Aber genial. Also die gehen auch bei uns hier zu Hause weg wie warme Semmeln. Das hier ist auch etwas, was ich gerne trinke. Pucca Nighttime Berry & Bio-Früchte-Tee. Zärtlicher Schlümmertrunk mit Beeren, Echinacea und Kamille. Ich muss gestehen, dass ich aktuell, sobald ich liege und die Augen zuhabe und nur an Schlafen denke, schlafe ich. True. Das ist so mein Leben aktuell. Aber ja, das wird natürlich dann auch noch das Ganze etwas versüßen. So, hier habe ich jetzt nur für Fati draufstehen. Das wird dann mein Freund auch bekommen. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Nein! Der hat es gut. Das sage ich euch. Der hat es einfach gut. Da habe ich, das mag der, Sizzle Spicy Barbecue Flavor von Pringles. Also safe, da wird er sich freuen. Ich sage schon mal Dankeschön in seinem Namen. Das ist Futter hier. Das ist ja, oh, da hat jemand aufgepasst. Da hat jemand hart aufgepasst, Leute. Und zwar haben wir Strohwaffeln drin. Das sind Butter-Karamellwaffeln. Ich wusste gar nicht, dass es die auf der Kaufland gibt. Wie geil ist das denn? Ja, die hole ich ja immer, wenn ich bei Action bin. Auch für meinen Freund mit. Wie geil du bist. Ach, Simone. Mein Freund, der will gleich ausrasten. Das sage ich dir. Dann habe ich hier Milka Max. Boah, hammermäßig. Richtig geil. Noisette. Das ist halt auch voll seins. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal gesagt habe. Aber Noisette beziehungsweise Nougat ist auch immer die Schoki, die ich ihm dann immer mitbringen darf. Wahnsinn. Und dann haben wir hier noch Schokopudding drin. Tassen-Creme-Pudding. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Schoki. Das ist auch was für ihn. Da wird er sich freuen. Das ist dann mit heißem Wasser aufzugießen. Zack, hast du Schokopudding. Freut er sich. Ich sage wirklich schon mal Dankeschön in seinem Namen, weil er wird es hart feiern. Dann kann ich nämlich auch in der Zeit, wo er das nascht, diese Toffee-Fees für mich nehmen. Boah, Dankeschön. Ein Leben ohne Toffee-Fee wäre ein trauriges Leben, oder? Ich liebe Toffee-Fee. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel ich einfach in letzter Zeit davon auch schon gegessen habe. Ja. Dann habe ich hier für Mr. Bauchy. Der hat einen Namen mittlerweile und heißt Julius. Das habe ich aber auch erst vor kurzem in einem Video erwähnt. Also das macht ganz, ganz frisch. Da waren die Pakete tatsächlich schon hier. Und ich bin jetzt natürlich erst dann dazu gekommen, erst zehn Tage nach Geburt ist gar nicht mal so erst, das Video hier zu drehen. Und der Karton ist einfach so riesig, Leute. Ich komme damit nicht klar. Okay, also hier habe ich einmal was zum Anziehen drin. Oh, ich liebe es jetzt schon, dass hier ein Hund drauf ist, ne? Reversibel wendbar. Aha, kannst du umdrehen. Babyglück. Ich packe es aus. Oh nein, wie süß. Ich raste aus. Wie viel Größe bist du? Größe 68. Das wird nicht mehr lange dauern. Dann passt es ihm ja auch, ne? Süß mit Kapuze. Das ist so ein Hoodie, Leute. Das ist ein Hoodie mit Hund. Und wenn du es dann halt wenden würdest, hättest du ganz viele kleine Hundis. Oh mein Gott, wie süß. Dankeschön. Das finde ich so cool. Und dieser Hund da drauf, der ist perfekt. Ich habe ja auch damals immer, wenn ich bei DM oder bei Rossmann irgendwie so Babykleidung gesehen habe, wo ein Hund drauf war, ne? Habe ich direkt gekauft. Direkt. Oder irgendwelche Spielzeuge oder so, weil das hast du so selten, dass irgendwo Hunde drauf sind. Überall sind Katzen drauf, aber keine Hunde. Danke. Oh mein Gott. Söckchen. Söckchen. Söckchen mit Rasseln. Ich raste aus. Ja, die kannst du aber auch wo waschen, ne? Wie süß. 0 bis 12 Monate. Faint safe. Okay. Die sehen so niedlich aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da muss ich nur aufpassen, dass Sammy das nicht zu cool findet. Aber eigentlich muss ich wirklich sagen, wir haben jetzt ja auch schon von Julius so Spieluhren und so weiter auch an seiner Wiege, an seinem Bettchen draußen hängen und so, ne? Da geht Sammy nicht bei. Auch bei, wenn irgendwas aus der Wiege rausfällt oder so, da geht Sammy auch nicht bei. Sonst ist Sammy ja so ein richtiger Kuscheltiefanatiker, ne? Nö, nicht bei den Sachen von Julius. Das finde ich gut. Süßi. Oh. Das ist ein Stern. Oh, so ein Knister, äh, Knister, Knister, Knistertuch. Das ist auch cool. Wenn, ähm, die Babys halt so langsam anfangen, auch was zu fühlen und zu hören, dann können die das auch nehmen und damit spielen. Das ist auch klasse. Finde ich richtig toll. Dankeschön. Holla, die Waldfee. Also hier ist noch einiges, äh, zu entdecken. Für den großen Bruder Sammy. Und mein Freund wollte letztens Leckerlis kaufen. Pah. Wahnsinn. Einmal habe ich hier, äh, Jumbon Riesenknochen. Ich muss gestehen, dass Sammy damit leider nicht ganz so gut klarkommt. Die schneide ich ihm dann halt in Stücke, ne? Dann, dann kommt er damit klar. Aber dieses große, ich weiß nicht warum, der kommt damit nicht so ganz zurecht. Aber die hier, die, die findet er richtig klasse. Pure Chicken Bones, ne? So was mag der gerne. Ja, auch ein bisschen was zu, äh, zu der Zahnreinigung. Und dann haben wir noch die Dentalsticks von Pedigree. Auch damit kommt er leider nicht ganz so gut zurecht. Da, äh, präferiert er dann oft irgendwelchen Tauen rumzukauen. Das ist eher so sein Ding, ne? Oh mein Gott. Das hier ist das Selbstgebastelte, von dem sie gesprochen hat. Wie cool ist dieser Engel bitte? Oh. Das kommt bei Julius ins Zimmer. Ich heul gleich. Ohne Scheiß jetzt, ne? Das ist ein Engel. Seht ihr den Engel? Jetzt, so, so, doch. Man sieht ihn, ne? Da ist auch eine Lichterkette mit drin. Und den hat sie selber gemacht. Das kommt auf seine Fensterbank. Wie süß. Ich bin ja so ein Engelmensch, ne? Ich habe auch die ganze Zeit, während wir in der Klinik waren, ähm, also, ähm, von vorne anfangen. Ich habe euch den Geburtsbericht, glaube ich, noch nicht hochgeladen. Ähm, ja, ähm, ich habe die Klinik damals bewusst ausgesucht, um da zu entbinden, weil das die Klinik war, wo mein Opa auch zuletzt recht häufig war. Und dann habe ich halt immer gesagt, Mensch, das ist ein gutes Ohm, dann ist Opa immer mit dabei und beschützt uns, wenn es mal drauf ankommt. Und letztendlich kam es ja auch drauf an. Und deswegen habe ich dann auch die ganze Zeit gesagt, Opa ist da, Opa ist da. Und, äh, deswegen. Opa war als Engel mit dabei. Deswegen passt dieser Engel gerade sehr gut. Wahnsinn. Dann habe ich hier noch, äh, einen großen Karton. Das steht drauf für Mutti. Das müsste ich sein. Oh mein Gott. Okay, erst mal, nimm zwei Soft. Liebe ich. Finde ich großartig. Das ist richtig, richtig lecker. Also, da muss ich aufpassen, dass ich nicht in einem Rutsch die ganze Tüte leer mache, weil dann wird mir wahrscheinlich schlecht. Dann habe ich hier drin enthalten von Kneipp Massageöl, du und ich, Patchouli und Zedernholz. Oh mein Gott, ja, sowas riecht richtig klasse. Das kannst du natürlich als Massageöl nehmen, kannst du aber auch als Körperöl nehmen. Ich glaube, dass ich das eher so als Körperöl auch nehmen werde. Ähm, ja, richtig, richtig, richtig toll. Leute, ihr, ihr, was, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Richtig krass einfach. Von, ähm, Beauty Mask, von The Beauty Mask Company, Crazy Cactus Bubble Mask, eine Bubble Tuchmaske, Tiefenreinigung und Super Glow. Vielen, vielen Dank. Sowas macht einfach Spaß. Das ist so witzig. Dann hast du halt diese Tuchmaske und dann machst du und dann siehst du aus wie ein Schneemann. Dann Hanf Chill Out Augengelpads von Shabins. Ich kann so gut Augenpads gebrauchen. Da Aloe Vera Maske von Shabins kann ich auch gebrauchen. Zwei Sachets sind hier drin. Boah, bist du verrückt, ey. Dann habe ich hier von Rituals, The Ritual of Karma, Cleanse Your Mind and Body Scrub. Hammermäßig, Leute. Ich komme, also Avant, klar, läuft. 8-Hour Radiance Renewal Sleeping Mask. Ohne Worte, wirklich. Dann drei Duschschäume von Rituals. Du verrückte. Ritual of Ying habe ich hier einmal mit dabei. Also riecht mega. Mag ich super gerne den Duft. Genauso auch den The Ritual of Karma Duft. Shower Foam Full of Kindness. Und natürlich auch The Ritual of Amsterdam. Oder wie heißt du denn? Doch, ne? The Rituals. Tulip in Japanese Yuzu. Foaming Shower Gel Amsterdam Collection. Genau. Das riecht auch so gut. Boah. Das sind hochpreisige Produkte, ne? Das ist richtig krass. Ich bin gerade einfach nur hin und weg. Barboa Pollution Protect. Das sind diese Anti-Pollution-Ampullen. Hammer. Hammer. Was hast du mir hier für eine krasse... Also Wahnsinn. Hammer. Dr. Grandel Elements of Nature Regeneration. Festigende Pflege für regenerationsbedürftige Haut. Mit Vitamin E und Bio. Flavon. Okay. Sehr interessant. Und das festigt dann die Haut. Kann ich mir für meinen Bauch jetzt einfach auch ganz gut vorstellen, ne? Richtig genial. Der braucht nämlich eine Extra-Portion Liebe. Dann habe ich eine Maske. Eine Nachtmaske von Algologie. Wow. Wirklich wow. Also das ist jenseits von der Normalität, ne? Dann Evoluderm Gommage Corp. Habe ich hier einen Nourishing Body Scrub mit Argan. Richtig cool. Für sehr trockene Haut. Das kann ich auch einfach gut gebrauchen. Das ist für den Körper. Und da hat man dann halt auch einfach diese pflegende Geschichte mit dabei. Dieses Arganöl. Hammer. Dann habe ich von Mudmaske Melting Mud Cleansing Mask. Ich liebe diese Maske. Das ist eine Maske, die du dir quasi drauf machst. Morgens, wenn du dir die Zähne putzt. Und dann kannst du dir das Gesicht waschen. Mit der Maske runter waschen. Fertig ist die Laube. Für sensible Haut. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, die habe ich sogar schon zweimal leer gemacht, weil die so gut ist. Das hier habe ich auch schon öfters mal verwendet. Vitamin Infused Eye Serum. Auch ganz, ganz toll. Moisture Boost, Vitamin Boost, Feeling Nourishing, Firming. Auch das richtig klasse. Ich weiß gar nicht. War das nicht das, was man... War das die Maske oder das... Ne, Serum steht hier drauf, ne? Dann habe ich das, glaube ich, noch gar nicht verwendet. Aber die Augenmaske davon, die habe ich schon in Anwendung gehabt. Alter Schwede. Hier licht so zwar für 30, für das Gesicht von Ultrasun. Also ich bin gerade einfach... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig, weil das einfach so hart krass geil ist. Alles Liebe und Wellness von Tauasis habe ich hier. Zwei ätherische Öle mit dabei. Die kannst du auch super für die Massage verwenden und zusammen mit dem Kneippöl nehmen. Boah, Hammer. Und dann habe ich hier noch Masken am Start. Ich habe hier gar nicht so einen großen Tisch. Einmal von Bio Vegan Skin Food, Bio Cranberry Tuchmaske für normale bis trockene Haut habe ich hier. Die ist für 15 Minuten. Lässt du die drauf und dann hast du wahrscheinlich wunderschöne Haut. Von Shelmes die Luxusmaske. Golden Glamour aktiviert die Zellen, verfeinert den Teint. Fehlen einem die Worte. Es ist Wahnsinn, Leute. Rare Paris, Elixir Intense. Eine näherende Maske. Das ist eine Tuchmaske. Ich glaube, die habe ich auch schon mal verwendet. Und dann noch die Hyaluron-Maske von Shelmes mit tiefenwirksamen Hyaluron. Auch mit am Start. Wahnsinn. Also Simone, du schießt hier echt den Vogel ab, ne? Denn ich habe hier noch ein Paket drin. Das passt halt auch jetzt einfach so zu der kommenden Weihnachtszeit, ne? Die Engelchen. Und ich bin ja auch so ein... Ihr kennt das. Ich habe hier einmal so ein Licht. Das macht man einfach hier so rein. Das sind so süße Ideen, ne? Oh, ist das niedlich und schön und herzlich und danke. Richtig cool. Dann habe ich hier so einen Stern. Rehkitz. Entweder sind das zwei Rehkitze oder zwei Rehe. Richtig, richtig cool. Also Waldtiere halt, ne? Das passt einfach 1a in Julius Zimmer, weil der hat ja auch dieses Waldzimmer. Das ist so ein Stern. Ich glaube, das ist serviertender. Ich weiß es nicht. Wie macht man sowas? Ist es hübsch? Oh Gott, wie süß ist das bitte? Da haben wir verschiedene Hunde drauf. Dann ist ja auch ein Licht drin. Das ist ja cool. Und das ist halt richtig mit Dumbo, ne? Das ist ja so süß. Das ist so richtig Kinderzimmer. Oh mein Gott. Das ist so niedlich. Es ist einfach unfassbar niedlich. Und last but not least haben wir hier dann so eine Art Untersetzer mit Hunden drauf. Richtig knuffig. Mit einem Golden Retriever und einem Beagle ist das, glaube ich, ne? Und der sieht doch schon so ein bisschen aus wie Sammy. Oh, ist aber ein Labrador, ne? Richtig cool. Also vielen, vielen Dank, liebe Simona. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Ich habe jetzt hier das nächste Paket. Das ist von der lieben Vanessa. Und da lachen mich schon direkt ein paar Sachen ab. Okay, wir gucken uns zuallererst mal die Karte an, die sich hier mit beigelegt hat. Ja, ich weiß auch nicht, warum alle Elefanten dabei. Elefanten sind so toll. Ich habe letztens erst einen Wäschesack mit einem Elefanten drauf für Julius geholt. Also passt halt einfach, ne? New Baby Boy. Und da sind so Sternchen drin. Und eine so süße Karte. Also wahnsinnig, wahnsinnig süß. Und neun Monate hast du Mutti geärgert. Jetzt ist Papi dran. Richtig süß. Genau, die liebe Wanni. Da werden Hände sein, die dich tragen und Arme, in denen du sicher bist. Und Menschen, die dir ohne zu fragen zeigen, dass du kleiner Engel auf dieser Welt willkommen bist. Alles Liebe zum Nachwuchs, liebe Claudi, Freund von Claudi und Julius. Ich wünsche euch eine wunderschöne Kennenlern-Kuschelzeit. Ja, und die liebe Wanni, die wohnt ja auch gar nicht, die wohnt ja um die Ecke bei mir, ne? Ja, aber sowas von um die Ecke. Ähm, wir haben immer mal wieder gesagt, wir müssen uns eigentlich mal treffen. Aber dann war ich halt irgendwann echt sehr schwanger. Und, ähm, ja. Jetzt bin ich halt erstmal munnimäßig unterwegs. Und, äh, ja. Das ist, mmh. So, dann habe ich hier von Baby Love, äh, Universal, Universal Schnullerband. Und, ach, wie cool. Sowas ist praktisch, ne? Denn dann weißt du, also du kannst es halt auf unterschiedlichste Arten und Weisen an den Schnuller dran machen. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Denn, äh, da haben wir jetzt auch schon, ähm, das ein oder andere Mal mit gestruggelt, ne? Weil wir haben insgesamt zwei Schnuller, jetzt aktuell in Anwendung. Und die sind halt super unterschiedlich. Und dann kann man halt einfach gucken, welches besser funktioniert. Also, Wanni, du hast mitgedacht. Richtig cool. Dann habe ich hier das... Oh Gott. Oh mein Gott. Das sind so süße Sachen. Haha. Okay. Ich gucke mir das mal an. Ja, Baby Sachen shoppen gehen ist eins der coolsten Sachen, die man macht, ne? Das ist jetzt in der Größe 68. Das, äh, wird nicht mehr lange dauern. Also, ja gut, ne? Julius ist jetzt noch in 50, 56. Also, vielleicht wird es doch noch ein bisschen dauern. Aber die wachsen dann ja doch schneller, als man denkt. Moonlight, Rodeo. Und das ist so ein, ja, richtig flauschi warmes. Was er dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, wenn der Winter halt richtig im Gange ist, tragen kann. Und, ähm, dann wird ihm definitiv nicht kalt. Also, vielen, vielen Dank. Das ist schon mal vier bis sechs Monate, siehst du? Sag ich doch. Genau. Also, Anfang nächsten Jahres. Mit einer Maus. Süß. Dann habe ich hier Söckchen drin. Das Beste überhaupt. Zweimal Baby Söckchen, äh, Größe 62, 68. Das sind so Stoppersocken. Das heißt, ähm, ja, also hier steht zwar Merry Christmas drauf, aber das wird dann halt so sein, wenn er dann anfängt zu krabbeln. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann Babys so anfangen zu krabbeln, was so normal wäre. Das muss man einfach mal gucken. Aber sehr wahrscheinlich wird, äh, wenn Papa den wickelt, also mein Freund, dann wird er sicherlich zu Weihnachten auch, äh, die Bärchen oder die Nikolaus- beziehungsweise Weihnachtsmannsöckchen ihm anziehen. Weil die einfach so süß aussehen. Mutti wird das auch garantiert machen. Hier haben wir eine Babybauch-Tuchmaske. Ja, was soll ich euch sagen? Die wird jetzt definitiv alles andere als noch passen, denn mein Babybauch ist tatsächlich schon weg. Braucht er definitiv auch Feuchtigkeit und Liebe und so. Also da mache ich das, wie ich das mit der Baby-Love-Tuchmaske gemacht habe, als ich sie im Sommer verwendet habe. Denn da habe ich die ja schon das ein oder andere Mal genommen. Einfach zerschneiden und dann den Rest wieder hier reinpacken, dass der Bauch halt einfach ein bisschen Liebe bekommt. Das ist nicht verkehrt. Die ist nur so saukalt. Das ist echt heftig. Ähm, ja, dann habe ich hier Milchknöpfe drin. Die sind großartig. Die werden nicht lange hier überleben. Das ist ja, ne, die Schokobons halt. Mega gut. Burp-Cloth. Mamas Boy. Sind das Spucktücher? Das ist ja cool. Burp-Cloth. Burp hört sich nach Spucken an, ne? Spucktuch. Dreimal Spucktuch. Wie cool. Und das ist halt eine gute Größe. Dass ich das dann immer bei habe, ne? Das ist ein kleineres Tüchlein. Und, äh, ja, das hat wirklich als Spucktuch dann auch gedacht. Das ist klasse. Da sind drei Stück von drin. Das ist auch supi. Vielen, vielen Dank, liebe Vanni. Das werden wir direkt waschen und in Anwendung nehmen. Oh, meine Stimme geht ganz woanders hin, Leute. Bei diesen süßen Stramplern. Zwei Stretch Baby Rumpers. 62 bis 68. Zwei bis sechs Monate. Also wir ziehen eben jetzt auch schon teilweise 62 bis 68 an. Also manchmal fallen die auch ein bisschen kleiner aus. Und hier sind einfach auch Hunde mit drauf. Also dementsprechend safe muss das sein. Oh, mein Gott, ist das niedlich. Ja, guck mal wie klein. Guck mal wie klein und wie süß und Bärchen und Hunde. Hunde, die niedliche Sachen machen mit Luftballons. Ich lieb's. Oh, mein Gott. Oh, der ist jetzt etwas zurückhaltender, aber auch sehr, sehr niedlich in so einem schönen grünen Ton. Da siehst du dann halt von dem hier nicht so viel im Winter, weil da kommt dann natürlich noch so ein Stramplergedönsen drüber. So ein Body. Nein, das ist ein Body. Oh Gott, ich hab das immer noch nicht drauf. Das ist ein Body und Strampler ist das mit Beinen. Ich glaub schon. Ja. Oh mein Gott. Das ist schon süß. Oh, das ist ein Waschhandschuh, glaub ich, oder? Ja, Bärchen. Oh, guck mal wie süß. Also man, ich hab im Krankenhaus gelernt, dass die Babys erst dann gebadet werden dürfen, wenn die Nabelschnur abgefallen ist. Dann kann ich nämlich auch das Twist Shake Baby Set in Anwendung nehmen. Dann können wir die nämlich auch nehmen und oh mein Gott, das ist so süß, mit einem Bärchen drauf und das finde ich toll. Und das, hübs. Oh mein Gott, es gibt diese Milchknitze sogar mit weißer Schokolade. Ich raste aus. Also Wanni, das sind meine. Die darf mein Freund haben. Vielen, vielen Dank. Das waren sehr süße Überraschungen. Als nächstes habe ich Post aus Österreich bekommen, aus Wien. Total krass. Von der lieben Jen habe ich hier ein Paket. Und das ist einmal so richtig hübsch für Claudi. Und da ist ein Einhorn drauf. Ist das süß. Ja, die Stimmlage geht mal wieder nach oben. Thanks. Oh, sie bedankt sich bei mir? Nee, ich muss mich bei dir bedanken. Du hast mir ein Paket geschenkt. Hallo. Ich wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute für die Geburt, euer Kennenlernen, dir bestimmt wunderschöne Kuschelzeit und so weiter und so weiter. Fühl dich lieb gedrückt. Viele liebe Grüße aus Wien, Jen. Okay, okay. Du hast meine Aufmerksamkeit. Nein, ich bin wirklich so cool. Okay, also. Als erstes habe ich von Sonnentor ein Dankeschön Bio-Kräutertee hier mit drin. Oh, das ist richtig süß. Und weiße Toffee-Fees. Maha, liebe ich. Oh mein Gott. Und hier haben wir allerhand, ja, erstmal ein bisschen Tee. Morgenfreund Bio-Kräutertee von Willi Dunkel. Okay, der sagt mir so gar nichts, aber finde ich ziemlich cool. Ein Tee ist immer sehr schön. Dann habe ich hier drin Schutzengel-Kekse. Bio-Dinkel-Kekse mit Blütenpollen. Wie süß. Guck mal, das ist richtig niedlich. Das sind Engelsflügel. Dankeschön. Dann hat sie mir hier mit reingepackt. Sieglindes Erdäpfel-Gewürz. Ach was. Erdäpfel sind Kartoffeln, ne? Also Kartoffel-Gewürz machst du das. Bio-Gewürz-Zubereitung. Aha. Vielleicht, wenn man so schöne Ofen-Kartoffeln macht. Das könnte mein Freund dann auf jeden Fall ganz gut verwenden. Der mag sowas auch ganz gerne immer mal wieder anwenden. Dann habe ich hier Chai-Küsschen. Bio-Gewürz-Blüten-Zucker-Zubereitung. Auch von Sonnentor. Eine Fußmaske finde ich auch so wichtig. Ja, hier Lavendel-Duft hast du mit dabei. Mit Shea-Butter und Vitamin E. Kann ich gut gebrauchen. Füße tragen uns durchs Leben, Leute. Es ist wichtig, dass wir die auch pflegen. Sweetie haben wir hier noch mit drin. Mit Erdnuss. Feinstes Erdnuss-Cremestangl. Süß umholt von kakaohaltiger Pflanzenfettglasur. Das sind österreichische Spezialitäten. Das ist lecker. Hoffe ich. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Dann habe ich Bio-Kokosriegel aus biologischer Landwirtschaft hier mit drin. Das muss ich mal ausprobieren, wie das so schmeckt. Dann habe ich hier drin von Willi Dunge Kraftriegel Apfelzimt. Das passt jetzt auch ganz gut. Und sowas gönne ich mir halt auch einfach mal zwischendurch. Weil ich brauche jetzt ja natürlich etwas extra Power aufgrund von Milchproduktion. Dann habe ich hier ein Tee mit dabei. Tee-Adventskalender. Ach, wie cool. 24 verschiedene Bio-Tees in Aufgussbeuteln. Ach, cool. Und hier stehen natürlich die ganzen Tees drauf. Da kann man sich spoilern lassen. Theoretisch. Jetzt frage ich mich nur. Den muss man dann irgendwo seitlich hier wahrscheinlich aufmachen. Ja. Oh nein, wie süß. Sie hat mir ein Adventskalender geschenkt. Ist das nicht niedlich? Und dann kann man das hier aufklappen. Und dann, genau, dann reißt das auf. Und dann kann man hier nach und nach die Tees rausholen. Guck mal. Das fände ich süß. Ich habe jetzt einen Tee-Adventskalender, Leute. Safe. Geil. Also da werde ich euch auf Instagram auch mitnehmen. Jeden Tag. Wenn ich meine Adventskalender öffne, ne. Dass ihr dann auch wisst, was sich da so drin befindet. Dann kann ich jeden Tag mir einen Tee gönnen. Dann von Purina Adventuras. Oh, die mag sie mir gerne. Reiche an Hirsch mit Urkorn und Superfoods. Das ist schön. Oh mein Gott. Ich glaube, da hat jemand für Julius gehekelt. Ach du Scheiße. Moment. Das riecht auch ganz angenehm. Das ist ja so ein... Oder ist das... Kannst du bestimmt als Decke nehmen, ne? Oh. Sowas ist einfach richtig... Das fühlt sich richtig schön weich an. Kannst du nicht anders sagen. Ganz, 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 ganz toll. Also Respekt vor allen Leuten, die sowas können. Respekt. Einfach Respekt. Oh, wie schön sich das anfühlt. Dankeschön. Das riecht auch so nach Lavendel, ne? Das ist auch so beruhigend. Ich glaube, das hast du auch mit Absicht gemacht. Riecht voll angenehm. Also vielen lieben Dank, liebe Jen. Da hast du mich echt überrascht. Das ist cool. Kommen wir jetzt mal zu dem letzten Paket, was ich hier habe. Das ist von der lieben Emilia. Und... Hammer. Das ist riesig, Leute. Ich habe mir eben schon mal durchgelesen, was sie mir hier geschrieben hat. In diesen Zeilen. Und sie schreibt irgendwas von Kleinigkeit und so. Im Leben ist es doch keine Kleinigkeit. Das ist ein Paket, das so schwer ist, dass ich das nicht mal selber hochtragen durfte, weil ich nur 5 Kilo tragen darf. Alter Schwede. Okay. Also, wir gucken da jetzt einfach mal durch. Hier habe ich einmal Free Space Ultrasound Picture Frame. Das ist dieses hier. Love at First Side. Und da kann man das erste Ultraschallbild reinmachen. Und dann kommt das in Julios Zimmer. Das finde ich hübsch. Das finde ich cool. Dann habe ich hier eine Decke drin. So was, du kannst nicht genug davon haben. Ich merke das halt immer wieder, ne? Gerade jetzt ist einfach sackenkalt. Und das ist so eine ganz helle Decke. So eine Kuscheldecke. Richtig schön. Also vielen, 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 vielen Dank. Die fühlt sich richtig schön weich an. Und ob ich mir die beim Stillen überschmeiße oder die halt bei Julius mit ins Bettchen lege oder so. Das ist richtig toll. Ich merke einfach auch, wie kalt es aktuell ist. Und wenn ich dann nachts zum Beispiel stille, die Heizungen drehen ja langsam runter. Und irgendwann ist der Kamin dann ja auch zum Beispiel aus, ne? Und dann merke ich, wie kalt es dann doch auf einmal wird. Und dann, ja, versuche ich mich auch immer irgendwie zuzudecken. Oder ich wecke meinen Freund so, mir ist so kalt, mir ist so kalt. Mittlerweile kann ich ja auch wieder auf der Seite liegen und bin etwas beweglicher. Aber eine Zeit lang konnte ich mich ja auch nicht so viel bewegen. Und dann war das echt schwer. Also kann ich sehr gut gebrauchen. Dankeschön. Oh, Excellence Tea Selection. 24 Teebeutel. Rainforest Aliens Certified. Ah, guck mal. Tee ist auch jetzt sehr, 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 sehr angebracht, ne? Grün Tee mit Zitronengras und Ingwer. Oh, oder aromatisierter Schwarztee mit Apfel-Zimt-Geschmack. Das hört sich richtig interessant an. Also so ganz, ganz spezielle Sorten haben wir hier. Das kommt bei uns auch auf jeden Fall ins Tee-Regal. Oh mein Gott, wie süß ist das, bitteschön. Ich meine, dass ich das sogar schon mal irgendwo gesehen habe. Wie süß. Ich hab zwei Süße und tanze gern. Mal ganz langsam, mal ganz schnell. Wie süß. Von Fisher-Price. Lern-Spaß-Hündchen. Das passt natürlich auch wie Poppes auf einmal, ne? Ja, richtig cool. Und da kann man halt drauf rumdrücken und dann hat man da richtig süß die Sachen. Also vielen Dank. Das ist ein Hund. Boah, krass, ey. Okay, dann hab ich noch ein bisschen was für Sammy mit dabei. Von Pedigree Rodeo. Das sind einmal Leckerlis. Dankeschön. In Sammys Namen. Oh, und auch was zum Spielen für Sammy. Ja, Dog Toy Monster with Squeaker. Squeaker, Entschuldigung an alle, die jetzt gerade einen Hund haben, der zuhört und gegebenenfalls ausrasten könnte. Ja, Coolio. Richtig cool. Sicher. Amazon Music Prime hat sich verbessert. Du kannst dir jetzt die Musik eines jeden Künstlers anhören. Gemischt mit ähnlichen weiteren Titeln. Zufallswiedergabe von Coolio und ähnlichen Künstler. Hey, Alexa, stopp. Was zur Hölle? Was redet die da? Erstmal flüstert die Frau mit mir und dann so creepy? Okay, cool. Oh mein Gott. Und du schreibst da irgendwas von einer Kleinigkeit? Alter Schwede. Ihr seht's ja gleich, ne? Okay, also hier hab ich jetzt Handabdruck, Fußabdruck, meine Milchzähne, meine ersten Haare. Die sind schon lange da. Die Geburtsurkunde reinmachen. Und dann hat man hier so einen Bilderrahmen, wo man dann unterschiedlich kleine Fotos auch reinmachen kann, ne? Dass er dann auch sieht, wie er dann entsprechend gewachsen ist. Da hab ich auch ein ganzes Buch tatsächlich drüber. Dann kann ich da auch noch Sachen in den Bilderrahmen reinmachen. Ich glaube, dieser Bilderrahmen ist dann tatsächlich eher etwas, was Mama und Papa dann behalten werden. Vor allem Mama. Ja. Wobei Papa ist da, glaube ich, auch ganz vernaht drin. Und ist das süß. Ich hab hier neben mir so viele Sachen stehen, Leute. Das ist sowas von überhaupt nicht selbstverständlich, was hier abgeht. Das ist wahnsinnig krass. Wirklich. Das ist wahnsinnig krass. Dann hab ich hier so ein Mobilee drin. Das ist süß. Das können wir gut gebrauchen. Weil sowas haben wir tatsächlich noch nicht in dem Umfang. Haben wir noch gar nicht. Verrückt, ne? Ja. Gibt Dinge, die haben wir einfach noch nicht. Und dann kann man da so kleine Hündchen dranhängen. Oder Bärchen. 30 Minuten Musik spielt das Teil. Das ist ja cool. Butterfly Dreams 3 in 1 Protection Mobilee. Ach süß. Und dann auch von Fisher-Price. Und dann macht das auch einen Sternenhimmel. Ja, noch schläft Julius ja bei uns im Zimmer. Da würde ich den Sternenhimmel jetzt wahrscheinlich eher weniger aktivieren. Aber das ist mit Spieluhr. Und dann dreht sich das. Ach, das ist doch cool, Leute. Mega geil. Vielen, vielen Dank. Wirklich, ne? Also, Emiya, das muss ich wirklich sagen. Das sind so geile Sachen. Das ist der Wahnsinn. Das sind jedes einzelne für sich Geschenke, die wir so von Oma und Opa bekommen hätten, sage ich jetzt mal, ne? Aber du so, nö, komm. Ich mache euch da mal ein ganzes Paket von fertig. Hammer. Was ist das? Was ist das? Yves Rocher. Irgendwas zum Aufhängen. Ich muss nur mal kurz gucken, was das ist und wie das muss. Ist das da rein? Wie so ein Vogelkäfig ist das dann, ne? Ich weiß noch nicht, was man dann da rein macht. Keine Ahnung. Das sieht ganz süß aus. Kann man nicht anders sagen, aber ich weiß nicht, was man da so mit macht. Emiya, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Nur ein paar Kleinigkeiten. Ich bin so dermaßen baff, meine Liebe. Ohne Witz jetzt, ne? Das ist so heftig. Womit fange ich an? Bio-Stilltee von Beleda. Das ist klasse. Stilltees trinke ich gerade auch wie geschnitten Brot. Nein, man trinkt kein geschnitten Brot. Ich trinke sehr viel Stilltee, einfach weil das mir gut tut und weil das durchaus sinnvoll ist. Da sind halt Sachen immer drin, die einfach mir gut tun, die dem Kind gut tun, ne? Das kann man dann ja auch so weitergehen mit der Muttermilch. Dann von Vegetta. Würzmischung mit Gemüse. Reich an Geschmack. Das kann man natürlich jetzt auch für sich ganz gut verwenden, ne? Dass man da einfach ein bisschen mehr Geschmack ans Essen bringt. Dann habe ich hier Chipsticks drin mit Ketchup-Geschmack. Die sehen aus wie Pommes. Die sind großartig. Die werden ausprobiert. Dann habe ich hier von Yves Rocher eine Boogie Candle. Belle Delicieuse. Okay. Also quasi süße Beere, würde ich jetzt einfach mal tippen, ne? Ich mag sowas. Ja, richtig cool. Und das duftet wie etwas, was du mir hier auch noch an Pflege mit reingelegt hast. Hardcore-Lette, ich sag's euch. Und zwar hat sie mir von dem Belle Delicieuse hier auch diese Juicy Berries 200ml. Das ist ein Duschgel. Das habe ich letztens erst leer gemacht. Und habe ich heute in einem Aufgebraucht abgedreht. Das riecht richtig, richtig, richtig gut. Also vielen Dank. Krass. Eine Seife hat sie mir mit reingepackt. Das ist Amant Lactiers. Milky Almonds. Also quasi milchige Mandel. Mandelmilch. Weiß ich nicht. Wir benutzen aktuell sehr viel Handseife. Deswegen macht es durchaus Sinn. Das hier ist ein Duft. Das kann man Unisex verwenden. Sowohl Männer als auch Frauen. Das ist mit Argan und Rose. Burn-Dush-Hamam. Das ist auch von Yves Rocher. Ist ein bisschen würziger und schwerer vom Duft her. Das hier ist etwas, was eine Bodylotion ist. Passend zu dem Duschgel. Auch mit dem Hamam. Ey. Da hat jemand hart, hart, hart an mich gedacht. Das sind so coole Sachen hier. Von Yves Rocher habe ich hier auch noch mit Argan und Rose eine Handcreme mit 30ml. Auch das aktuell benutze ich sehr viel. Brauche ich sehr viel. Wenn ich meine Hände auch gerade so angucke, sind die furztrocken. Genauso habe ich hier noch die Handcreme mit diesem Mandelmilch-Gedönsen. Hammer. Boah ey. Dann habe ich hier ein Nashi. Das ist total großartig. Euro-Creme. Kenne ich nicht. 200g. Das ist dann wahrscheinlich so eine Art Dupe zu einer Nuss-Nougat-Creme. Zu so Nutella oder sowas. Finde ich interessant. Wird ausprobiert. Dann habe ich hier ein kleines Schächtelchen drin. Daddy's turn. Mami's turn. Ach, wie geil. Wenn man sich nicht einig ist, wer ist jetzt dran mit Wickeln, kann man die Münze werfen. Das finde ich witzig. Mama ist dran, Papa ist dran. Finde ich gut. Und das hier. Das habe ich eben am Grund des Pakets entdeckt, bevor wir gleich noch zu einer weiteren Box kommen. Und zwar ist das Disney. Das große goldene Buch der Gute-Nacht-Geschichten. Wie geil ist das bitte? Also ich wusste nicht, dass es überhaupt sowas gibt. Aber ich hatte natürlich auch so ein Gute-Nacht-Geschichten-Buch, als ich ein Baby war. Oder ein Kind halt. Und so. Oh mein Gott, da sind die ganzen Märchen drin. Oh, ich liebe es jetzt schon. Binnie-Poo. Dumbo. Hakuna Matata. Das Hakuna Matata-Leben. König der Löwen. Bambi. Oh mein Gott, wie schön ist das, Aladin. Die ganzen... Dankeschön. Das ist nicht günstig so. Oh mein Gott. Das kostet 25 Euro. Du bist doch wahnsinnig. Emilia, vielen, 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 vielen Dank. Du bist ja echt der Wahnsinn. Ich weiß auch nicht. Wenn mein Freund hier gleich hochkommt, ne? Der schüttelt nur mit dem Kopf. Der sagt, die sind doch alle wahnsinnig. Ja, sind die. Hier habe ich nämlich noch eine Glossy-Box. Wahnsinn! Was zur Hölle! Du bist doch wahnsinnig. Du hast mir hier von The Body Shop. Das ist so ein Blush-Highlighter. Weiß ich nicht, Bronzer. Shimmer Waves. Das muss ich mal ausprobieren. Von The Body Shop. Ich wusste schon, dass The Body Shop auch Schminke hat, ne? Aber das ist eher so ein Blush-Lighter. Der wird ausprobiert. Dann habe ich hier von Yves Rocher einen Lip Balm mit drin. Auch wieder mit diesen Beeren, glaube ich, ne? Belle Delicieuse, ja. Leckere Beeren. Das ist wirklich leckere Beeren. Ich weiß das nicht. Eine Mascara Intense Metamorphose von Yves Rocher. Alter Schwede, ey. Make It Big von Morphe. Habe ich hier eine Mascara drin. Die muss auch mal ausprobiert werden. Definitiv. Krass. Von Elle Flash It Loud. Ah, eine Mascara. Auch hier. Ja, ein guter Augenaufschlag. Von Elle hatte ich, glaube ich, mal eine Mascara. Oder habe ich noch? Weiß ich gar nicht. Ich muss ich mal ausprobieren. Yves Rocher Eyeshadows. Oh. Lichtscham. Da gehst du auf. Ja. Oh. Das ist ein Quattro. Da wird mir persönlich jetzt eine helle, matte Farbe fehlen. Aber da muss ich mal gucken, was ich damit zaubern kann. Sieht aber cool aus, muss ich sagen. Okay, damit kann man definitiv was basteln. Idee schon im Kopf. Dann habe ich... Ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Oh, oh. Mein Freund vermisst mich, glaube ich, schon. Dann habe ich hier Palette Regal. Neun Lidschatten. Das ist so eine richtig kühle Nachtpalette in die lila Richtung. Wahnsinn. Darauf habe ich leider keine Antwort. Ne, Alexa, da musst du auch keine Antwort drauf haben. Ich habe da auch keine Worte für. Dann habe ich hier die Blood Sugar Mini Palette von Jeffree Star. Würde ich mir nicht selber kaufen. Definitiv. Aber wenn ich sie jetzt hier habe, dann habe ich sie halt hier. Das ist dann halt einfach so ein Ding, weil der Typ so ein bisschen schwierig ist, um das mal so zu sagen. Dieser Typ. Aber krass. Die ist neu. Wahnsinn. 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 Und die Paletten von Jeffree Star sind echt krass, ne? OMG. Und als letztes... Ja, als letztes habe ich hier von Michael Kors einfach noch eine Tasche mit drin. Ey, Emilia. Was Kleines, sagte sie. Und ich weiß einfach überhaupt nicht mehr, wie ich klarkommen soll. Es ist hart. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, am allermeisten freue ich mich wirklich über das Gute-Nacht-Geschichten-Buch. Krass. Ich bin baff. Ich bin absolut dankbar und hin und weg und weiß nicht, was ich sagen soll, außer vielen, vielen, vielen Dank. Ich muss erst mal gleich meinem Freund sagen, dass wir hier die Sachen wegräumen müssen. Wahnsinn. Also, ja, ich... Danke. Nicht selbstverständlich. Einfach oberkrass und wahnsinnig heftig, wenn man einfach merkt, wie viele Leute dann irgendwie an einen denken und sich Gedanken machen und tatsächlich dann auch irgendwie ins Schwarze treffen. Und genau die Produkte einem dann schicken, die einem dann auch in dem Moment gut tun. Und ich weiß es nicht, oder die Worte halt auch. Das ist auch etwas, was mich so in den letzten Wochen sehr, sehr schön mit euch begleitet hat, Leute. Ihr habt mir so viele liebe Nachrichten geschrieben. Ihr Lieben, so. Ich muss das Video beenden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Videos, die sich auf die Schwangerschaft beziehen. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.